Servus, ja endlich geht es mal wieder weiter. Wie schon in den letzten Videos angekündigt fange ich heute endlich an, die Radläufe hier vom Rost zu befreien und später mit Metallschutzlack zu überarbeiten, um quasi das Ganze zu versicheln, dass es dann auch so bleibt, wenn es überarbeitet ist. Ja, dann fangen wir einfach mal an. Safety first! Ja, dann fangen wir auf! Es ist anstrengend. Man schwitzt und man sieht nichts mehr durch das Bier. Man schwitzt und man sieht nichts mehr durch das Bier. Man schwitzt und man sieht nichts mehr durch das Bier. So, machen wir weiter. So, machen wir weiter. So, machen wir weiter. Heute geht es weiter mit dem Schleifen, Abschleifen von dem Rost der Radläufe innen. Ich habe da zwar schon ein bisschen was abbekommen mit den anderen Sachen, die ich zum Schleifen da hatte, aber ich habe jetzt wieder mal ein bisschen gelesen im Internet. Und am besten ist es wohl mit einer Zopfbürste, die ich gekauft habe für die Bohrmaschine, um da ein bisschen mehr noch wegzukriegen, dass es ein bisschen blanker wird. Plan ist danach, das Ganze mit einem Entroster oder Rostumwandler zu bestreichen. Und dann werde ich Farbe wieder aufbringen, also Rostschutzfarbe in Silber. Dann wird nicht das gleiche Silber sein, aber später wird man das sowieso nicht mehr sehen, weil es abgedeckt sein wird. Gut, ich fange einfach mal an. 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 So, wir versuchen es mit Rostumwandler von Hammerwick. Gucken wir mal. So, jetzt habe ich die Sachen schön eingestrichen. Die sind blau-schwarz geworden, so wie es auch auf der Verpackung steht. Jetzt wird der Rost, oder das, der Rost, wird umgewandelt, damit ich ihn später dann mit Rostschutz bestreichen kann. Und sich das Ganze wieder ein bisschen, oder das Ganze wieder ein bisschen besser aussieht. So, und nachdem jetzt der Rostumwandler drei Stunden Zeit hatte, den Rost umzuwandeln, oder trocken zu werden, keine Ahnung, überstreiche ich das Ganze jetzt mit Rostschutz in Silbergrau glänzend. Los geht's. Der Rostumwandler. Der Rostumwandler. Der Rostumwandlik. Der Rostumwandler. In ellas hat es wenig下 gefilmt. Der Rostumwandler. Der Rostumwandler. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020